Musik Ich nehme darauf ein, was man auch für mögliche Alternativen entwickelt. Und ich habe noch einen Hörer von Herrn Selig. Er fragt, ob es Daten gibt, was die, wie viele Gastronomiebetriebe von einer Insolvenz betrifft. Gerne anrufen 08300 300 oder im. Musik Nur für uns. Mehr unter www.e-fachschulung.de Hallo Mecklenburg-Vorpommern. Viertel nach sieben, halb acht auf. Musik 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 Musik